Hast du kein Kodegin bekommen? Kein was? Kein Kodegin bekommen. Nein, das habe ich nicht bekommen. Nicht? Bei so einer langen Sache würde ich mir, also wenn es echt länger als drei Wochen geht, würde ich mir wirklich beschreiben lassen, weil es einfach, es beruhigt dir einfach die Ponchen. Ja. Wie gesagt, ich hatte noch einen Lungenarzttermin und so und dann gucken wir mal. Oh, irgendwas. Wir sind halt noch so ein junges Format, also die zweite Folge jetzt hier ist wirklich notwendig. Was machst du für einen Stundenlund für den Quatsch? Ja, du bist schon längst reich hier. Ja. Herzlich willkommen bei unserem Format. Wir haben jetzt auch mittlerweile einen Namen. Wir sind Behind Art und heute sind wir hier mit Franky in Neukölln. Hallo. Hallo. Ja, schön, dass es endlich geklappt hat. Ja, freut mich auch. Genau. Stell dich doch einmal kurz bitte vor. Ja, also ich heiße Franky und lebe hier in Neukölln. Und genau, wir sind jetzt sogar in meinem alten WG-Zimmer. Wie würdest du dich selber denn in drei Worten beschreiben? Ich würde schon sagen, eigentlich sehr offen. Ja, also Kommunikation ist eigentlich sowas, was ich echt gerne mag. Also so Quatsch dann überhaupt so. Fände ich cool. Spontan. Und sehr abenteuerlustig. Also halt einfach zum Beispiel, wir fliegen jetzt nächste Woche nach Bangkok. So, und ich bin ja nicht jemand, der dann vorher irgendwas bucht oder so. Und du gehst am Flughafen raus und dann guckst du halt einfach. Ein bisschen einfach, dann keine Ahnung. Wenn da einer dir auf den Weg läuft, der dir irgendwie sagt, ey, duck duck. Kann auch sein, ich steig da ein oder wir. Und dann fahr einfach weiter. Und gucken dann einfach spontan. Ah, guck mal hier. Mit Maps so. Und dann hast du halt was. Also das mag ich halt sehr gerne. So was halt. Deswegen abenteuerlustig. Ja. Du bist ja jetzt hauptsächlich jetzt hier, um über deine Schauspielerei zu sprechen. Also so ein bisschen den Fokus setzen wir heute. Genau. Möchtest du vielleicht dazu was sagen? Verdienst du damit deinen Lebensunterhalt? Was machst du so beruflich eigentlich? Du bist ja heute hauptsächlich bei uns im Format, um über deine Schauspielerei ein bisschen was zu erzählen. Wie ist das denn so? Ist das schon auch quasi dein Lebensunterhalt, den du damit verdienst? Also das sieht so eigentlich aus, dass es ziemlich, ziemlich schwierig ist, als Schauspieler wirklich zwölf Monate so ganz normal sein lebt und damit zu verdienen. Ja. Ist jetzt nicht so einfach, dass du sagst, so ja okay, ich habe jetzt eigentlich die Möglichkeit, an so ein Projekt teilzunehmen. Dann hast du ja 60 Tage, 90, 80, das ist schon viel. Aber du bist ja nicht die ganze Zeit dabei. Ja. Und das längste, wo ich dabei war, waren es 24. Und dann hast du halt die 24 mal deinen Gagenlohn. So. Und dann musst du halt schauen, wie lange damit auskommst du eigentlich. Und deswegen machst du ja verschiedene andere Sachen. Und du machst halt eigentlich noch einen normalen Job. So. Ja. Der hat halt eine Grundbasis irgendwie generiert. Und das ist halt. Aber das mache ich halt jetzt nicht mehr. Das habe ich halt jahrelang gemacht. Deswegen, ich habe vor ein paar Jahren so einen Switch versucht. Von der normalen Jobart. Ja. Also nicht 9 to 5, aber trotzdem von einem normalen Job. Zu dieser Künstlersache, dass man so ein bisschen alternativ guckt, wie man dann verdient. So. Und nicht nur halt dann von dem Job, den man jeden Tag macht. Also jetzt nochmal so ein bisschen, um das zusammenzufassen, dass unsere Zuschauer das auch verstehen. Mhm. Du bist quasi so ein bisschen Überlebenskünstler slash Schauspieler. Aber Schauspielerei ist schon deine Passion. Genau. Richtig. Es wurde die Passion. Oder überhaupt. Es wurde alles, was mit Kamera zu tun hat, die Passion. Also es hat sich irgendwie entwickelt. Es war jetzt nicht von heute auf morgen da. Aber es ist genau so, dass man halt irgendwie sich damit überlebt. Und irgendwie auch Künstlerisch auch die Überlebenskunst als auch in Kunst. Genau. Finde ich sehr gut, dass du das gesagt hast. Cool. Ja, weil das ist halt schon sowas wie... Früher gab es das nicht, ne? Also früher waren Überlebenskünstler so irgendwie ein Komiker oder so, ne? Es war halt echt ein Komiker so. Aber heute sind halt Überlebenskünstler halt auch Leute, die halt... Also auch ein Rapper, der jetzt nicht krass erfolgreich ist, ist auch ein Überlebenskünstler, weil der ja auch eigentlich nur mit seiner Kunst erstmal versucht zu überleben. Aber auch wenn du an anderen Dingen dann auch irgendwelche Sachen machst so. Natürlich, wenn du irgendwo erreicht hast, dass du nur so viel verdienst, dann brauchst du nicht mehr Überlebenskünstler nennen. Dann ist er halt auch mit dem Job, der das so fett ist, weißt du? Ja. Ich finde es richtig bewunderswert, weil gerade für so eine Sache muss man ja sehr flexibel sein. Ja. Und wie ist das so bei dir? Kommst du da gut drauf klar so quasi, dass du so in der Schwebe bist? Es kann ja sein, dass du jetzt diesen Monat irgendwie so ein geiles Projekt reinbekommst und denkst so, yes, keine Ahnung, du kriegst jetzt ein Gehalt von ich weiß nicht was. Es kann ja bis nach oben gehen bei Schauspielerei. Aber es kann natürlich auch sein, dass du dann nur 200 Euro bekommst und dich total unter deinem Wert verkaufen müsstest du. Mhm. Wie ist das so, also monatlich dann irgendwie da so zu gucken, was halt kommt und da irgendwie auch einen klaren Kopf zu bewahren? Also eigentlich nehme ich immer alle Anfragen oder alle Ansachen, die ich bekomme an. Ja. Ja, ich schaue da eigentlich selten was aus. Ich bewerbe mich nur noch aktiv auf anderen Sachen oder auf Formate, also aktiv bewerbe ich auch darauf. Da ist es natürlich schwieriger reinzukommen. Als du vorher angefragt bist von der Agentur, dann ist das eigentlich schon fix. Wenn du dich fest anfragen, dann weißt du, okay, du bist dabei. Mhm. Also es wurde auch schon mal angefragt. In der Wende waren die Tätowierungen an den Fingern doch nicht erwünscht. Also vorher waren es doch erwünscht. Das ist halt immer so auch ein bisschen weird. Keine Ahnung. Die ändern manchmal auch. Ja, keine Ahnung. Deswegen, also so viel machen wie es geht. Einfach hasseln dann. Und man muss halt auch gucken, dass man aus 50 Euro 100 macht. Und wenn du halt 100 verdienst, dann musst du halt versuchen aus diesen 50, die dann überbleiben, dann diese 100 wieder zu machen. Dann gibt es auch verschiedene andere Möglichkeiten, wie du das dann machen kannst. Wo nimmst du denn dann so deine Jobs her? Also bist du dann bei einer Agentur, also so einer Schauspielagentur? Oder machst du selber Akquise? Oder kriegst du die sogar über Social-Media-Accounts? Also meistens wirklich über die Agentur. Da bin ich bei super vielen. Alle möglichen da, wo man reinkommt. Hast du einfach Online-Profil erstellt? Ja, so Online-Profile und auch Agenturen, die halt wirklich Darsteller vermitteln. Also jetzt geht nicht mal richtig um das Schauspielen, sondern es geht ja auch um das Darstellung. Also Darstellung und als Darsteller, Nebendarsteller, sowas. Ja. Also der Keimdarsteller. Und deswegen ist es halt auch wichtig einfach, dass du weißt, okay du hast eine Agentur, du kümmerst um Darsteller, du hast eine Agentur, du bist ein bisschen Komparsen. Und dann hast du davon ganz viele. Und dann hast du halt schon ein paar Anfragen. Und in der Corona-Zeit zum Beispiel, das klingt super, da hatte ich drei, vier in der Woche. Und dann kam es halt erst jetzt, seit wieder alles so ein bisschen, weiß ich gar nicht, seit einem halben Jahr. Da kann man schon sagen, ist schon härter. Weil du einfach merkst, okay fuck, du hast nicht mehr so vier in der Woche, sondern vielleicht noch drei Monate. Und du merkst, okay was ist das denn. Deswegen musst du halt einfach mal alternativen anderen Sachen machen und einfach ausgerminieren, maximieren. Das auch können so ein bisschen. Du meintest jetzt in der Corona-Zeit lief es besser? Lief es besser, lief es viel besser. Okay. Ist komisch, ja ja. In der Sache lief es wirklich besser. Weißt du, woran das liegt? Ich vermute, es lag daran, dass man sich mehr auf die Teams eingeschlossen hat, die schon gedreht haben zusammen. Dann auch gemeint, okay wir machen das in 28 Tage. Und auch dann auch die Kleindarsteller, die Komparsen, beziehungsweise die Nebendarsteller, dass das auch, wenn du gesagt hast, guck mal der war ja letzte Woche da, komm der ist jetzt in Fluss dessen auch hier geimpft, beziehungsweise auch öfters getestet. Weil wenn so ein Team mit 90 oder 80 Leuten ein Corona-Fall hatte und es geht durchs Team und das Projekt wird 80 Tage, dann ist das ganz Wofür so. Das ist ganz Wofür wirklich. Und deswegen war es eigentlich ganz cool, da wurde ich super aufgehoben. Ja gut, vielleicht hatte man dann auch weniger Konkurrenz, weil die Leute halt anders gesagt haben, ja bin jetzt dabei oder so. Obwohl die ja da auch echt streng waren mit den Masken. Super streng, boah, Maske, also wirklich in jeglicher Art und Weise diese Maske tragen. Doppelt und dreifach geimpft. Ja, und PCR-Test, also meistens dafür, aber es ist cool, bekam ja dafür Geld. Also es war ja wirklich so ein bisschen, Anfrage bestätigt, zack zack, dann dreh es am Freitag. Mittwochs PCR-Test, bekommst du 40 Euro oder 30 Euro. Dann am Tag, wie der Test, bekommst du nochmal 20 Euro, warst du schon bei 50 Euro, bevor du heute gedreht hast. Das war cool, also du hattest halt sofort einen besseren Logen. Und war es natürlich ein fortlaufes Projekt, hast du natürlich jeden Tag, dann warst du natürlich durchgetestet. Und eigentlich, ich hab da auch nie einen positiven, also wirklich bei den ganzen, wie viel das waren, keine Ahnung, aber es war nie ein positiver. Glück gehabt. Ja, auf jeden Fall. So, dann wollen wir natürlich auch wissen, wie bist du überhaupt dazu gekommen, zum Schauspiel? Was ist deine Faszination da dran? Ist das so ein Kindheitstraum oder bist du da so reingerutscht oder? Ja, das ist eine spannende Frage. Also auch, kann ich weit ausholen auf jeden Fall. Also, dass ich mit Filmen zu tun habe, beziehungsweise für eine Affinität habe, das ist schon echt lange so. Also bestimmt schon seit 1900, keine Ahnung, bis ich acht Jahre alt war. Wirklich so. Als ich das erste Mal hier das König der Löwe gesehen habe, so und auch das war mit Zeichentrick. Oder das andere war noch hier so Stimple of Sam 1 mit Bruce Willis und so oder Terminator 1 oder sowas. Diese krassen Actionfilme, die es in den 90er Jahren gab. Und Quentin Tarantino Filme zum Beispiel. Auch eine ganz spannende Sache. Da warst du natürlich die Affinität sammeln und Filme kaufen, Filme gucken und so super da. Und dann war das irgendwie gar kein Thema beruflich. Es war auch so weit weg. Es war nicht so, dass du denkst, okay, Schauspielerei, Filme, was ist das? Du kommst doch voll weit weg. Also nicht kalt vor. Ja, und dann fing es an, dass du durch Rapper Musikvideos gedreht hast. Und dann haben wir einfach Musikvideos gedreht, dann brauchte man Darstellern, dann brauchte man hinter dem Set Leute, die jetzt organisieren, Kamera. Und dann hast du irgendwie angefangen, die Kamera zu kaufen, dann hast du organisiert, so ein Set und überhaupt alles so. Und dann hast du halt bemerkt, ja, ah cool, das macht Bock so. Du warst richtig, ne? Und dann haben wir selber Musikvideos gespielt und da hab ich selber mitgespielt und dann war es irgendwie so, okay, weiter, weiter. Und irgendwann war es so in Berlin. Ja, und was machst du in Berlin, wenn du nicht in Berlin bist, dann machst du halt immer das. Man lernt einfach Leute kennen. Man hat am Ende so dieses Ergebnis, wo du dann denkst, ach, in einem Film, da stehe ich. Und das hatte ich erst später im Kopf, so. Die Leute, wo ich immer hinkomme, da bin ich ja kurz. Die machen ja echt lange Projekte, 80, 79 Tage, so, keine Ahnung. Und ich komme ja eigentlich nur für ein paar Tage hin, mach als Nebenteuer, ich sage, keiner stelle irgendwie so eine Sache, so eine Szene und geh ja wieder. Hab diesen Projektgedanken gar nicht gehabt, bis ich halt dieses Projekt hätte mit diesen 24 Tagen, so, ne? Und das war für dich dann was Positives? Das war das längste Projekt, so. Also du willst lieber längere Projekte machen? Was für ihr ist ja, das wurde bei Cannes in Filmspielen, Filmfestivals vorgeschlagen und hat gewonnen. Hab ich jetzt vorgestern erfahren, ne? Ach, krass. Ja, ja. Es ist nämlich die Serie Souls, heißt City of Sky, hier mit diesem Alexander Janovic. Ziemlich bekannter Schauspieler. Geil. Und wir waren halt alle in grauen Anzügen, so Joggenanzügen, ja, angezogen und wir mussten ziemlich krass Mimik und Gestik spielen. Also auch weinen und auch schreien und auch erschrocken oft aussehen und auch starb. Die Kamera ging dann durch 80 Leute, wir waren immer so ein fester Block, so. Es ging um so ein Kult, die stigmatisiert wird von so einem Führer und der sagt so, ihr müsst euch alle verbrennen. Und dann wurde jeden Tag einer rausgezogen in den Gasofen und einer verbrannt halt. Und dann gab's halt Helfer und Helferleins und so und die wurden dann irgendwie nachgerückt. Also irgendwann warst du halt auch vorne dran. Ja. Ich weiß nicht, wie lange oder wie viele Tage das war. Aber am Anfang war es halt allgemein hin. Und am Ende merk ich es nur noch 23, 22 Tage. Ich spitze in der ersten Reihe und weine jetzt einfach. Muss ich machen, dann kommt die Registrierung zu mir. Und dann macht es sogar krass heftig so, okay cool. Also davor waren auch schon coole Sachen so. Also ich bin gespannt auf die Serie. Muss bitte unbedingt anzuschauen. Souls. Mega. Souls heißt, genau. Ja. Können wir auch gerne verlinken dann natürlich. Kann man mal schauen, ob wir die finden. Weil die ist erst halt der Tablet draußen. Du musst halt bezahlen. Das ist ja Sky Pay TV. Ja. Ist auch die teuerste Plattform hier auch. Ja man. Ich bin bald in der letzten Sky. Dann geht es nach oben. Ab und zu. Genau. Du hast ja jetzt schon angesprochen, dass du eintägigen Projekten dabei bist. Genau. Kleinersteller. Genau. Bist du dann lieber aber wahrscheinlich an so längeren Sets? Ja. Oder ist es dir lieber, dass du einfach dahin gehst, das ablieferst und dann den Kopf frei hast und denkst, okay, ich muss mich jetzt nicht weiter mit dem Projekt auseinandersetzen? Das ist halt manchmal, manchmal so. Also teils, teils. Wenn es jetzt so ein Amazon-Film ist, ja? Keine Ahnung, so eine krasse amerikanische Produktion hier im Tegel im Gefängnis und so, ne? Und du kommst ans Set und dann sind da so 80 oder 60 Häftlinge oder so. Boah, dann denk ich mir manchmal auch so, boah, kann ich wieder so bitte rausgehen nach Hause gehen? Weil sie zu viel ist, oder? Ja, aber ich komm eh nicht ins Bild, komm eh nicht dran. Ja, okay. Verstehe. Und dann kommst du halt ins andere Set, keine Ahnung, wie zum Beispiel jetzt, vorgestern, das war für, was war das für nochmal, ARD, glaub ich, in der Serie. Und da war ich Trauergast. Und die Umstände waren halt, es war arschkalt. Aber wir waren rund um zu zweit, ja? Und es war klar, okay, es ist so und so und so und so. Und dann nach und nach merkst du so, ach krass, mit dir hab ich schon geredet. Ach, mit dir auch und den kann ich auch. Und dann dachte ich, okay, cool, so, ne? So was. Und das wäre nicht passiert, genau, das wäre nicht passiert bei so 80 Leuten, weißt du? Dann kennst du unter diesen 80 Leuten vielleicht ein, zwei Darsteller, weil die auch dann da sind. Weil die vom Typ her passen zu der Sache. Ist ja auch immer eine Typus-Frage, so. Genau, aber deswegen, weiß nicht, ich finde das schon besser, wenn das so ein bisschen kleiner ist. Dann kann es auch länger sein und nicht so groß. Weil umso größer, umso schlechter wird die Qualität für die Leute, die vor Ort sind. Also als nicht 100% Teilnehmende an dem ganzen Projekt. Ja. Kommst du nur als Gast eigentlich dahin, ne? Du bist dann nur für diese drei, vierze Tage oder auch nur für diesen einen Tag. Ja, man hört ja auch oft so, dass viel bei so Kleindarstellertops mit Warten zusammenkommt. Also bei den Sachen, wie verhälst du dich dann? Also sagst du dann so einfach zu allen am Set so, ja, ich will jetzt auch dran sein? Ne, du musst leider gar nicht. Nicht? Nein, nein. Du weißt ja schon meistens so, was deine Sache ist. Okay. Und ne, du, also warten und geduldig sein, das habe ich auf jeden Fall in den letzten fünf Jahren genau dort mehr gelernt als sonst wo in jedem am Leben. Okay. Weil so krass, wie du da wartest. Einfach weil halt auch, ja keine Ahnung, du bist halt Kamera einstellen, hier irgendwie Licht einstellen, Ton und so, das dauert eigentlich schon so ein bisschen. Das kannst du nicht einfach so, ja, innerhalb von diesen drei, vier Minuten machen. Okay. Dann ist die Blende verstaubt, dann ist die Blende da, dann ist das Staubprogramm nicht da. Also weißt du, es sind so banale Dinge, die einfach so sind. Kabel, so, dann liegt das, die Sicherheitsdinge nicht über das Kabel, dann kommt der erste aus dem Lkw hinten raus mit diesem Teil, die drüber gelegt werden müssen und so. Ja sowas. Also deswegen, ich finde Warten cool. Also ich finde es nicht schlimm so. Ja, ich meine jetzt nur. Es passiert ja was, es ist ja eine Welt. So, du kannst ja nur rumlaufen, so hinter der Kamera, da läuft viele Leute. Ja. Deswegen ist es eigentlich schon cool so und das macht Bock so, ja. Ich bin gerade glaube ich ein bisschen von diesen Komparsenjobs ausgegangen, weil ich war ja auch immer Komparsen. Da war es halt immer so, dass da viele sind und halt dann egal war, wer jetzt da im Hintergrund ist. Also es war dann einfach okay, wir brauchen jetzt zwei Leute und dann musst du da so sagen, ich will jetzt dran sein. Also wenn es dann darum geht, dass du gezielt eingesetzt wirst und deinen Text hast. Aber bei den Komparsendingen bin ich schon drauf und gucke mir halt das Bild an und auch die Sache. Ja. Und kapiere dann schon schnell, okay, also wenn ich sehe, oder wenn ich eine Chance sehe, dran zu kommen, bevor andere kriege, mache ich das. Klar so auf jeden Fall. Okay. Aber wenn das nicht geht, wenn es auch nicht lohnt und wenn ich irgendwie so merke, so bringt der Sache nichts, weil es sowieso am Ende so und so aussehen könnte, aussehen wird, dann mache ich das auch nicht so. Okay. Aber ich habe schon ein paar Dinge abgrabst. Es ist ja manchmal so, dass die weiß, heute brauchen wir noch eine Sprechrolle. Die ist aber nicht fest im Buch geschrieben so. Mhm. Die ist halt nur so, ah da steht es auch so Sprechrolle spontan so, keine Ahnung. Und dann ist es schon cool, die du dann kriegst. Ja. Muss dann irgendwie dann auch den Leuten da schon connect sein oder irgendwie so. Interessiert da sein. Oder auch spontan sein. Ja, aber auch interessiert da dran, also da sein oder da streiten. Ja, das heißt jetzt reinschauen, so, keine Ahnung, natürlich nur vom Handy, du kriegst hier irgendwie und alles so zuschattet mit Kopfhörern und dann ruft er, wir brauchen jemanden für die Sprechrolle so und dann, klar, kriegst du nichts mit. Aber wenn dir, ich bekomme ja vieles mit, so, keine Ahnung, dann auch wenn ich vom Handy bin, guck ich, was sind dir alles mit, so und dann ist es schon cool, dann krieg ich hier ab. Nice. Wie laufen denn generell Castings ab? Boah, schrecklich. Boah, ich hasse Castings. Nein, wirklich. E-Castings. Schlimmste. Ich hab wieder eins jetzt, muss noch diese Woche machen, bis Sonntag, für Kaufland, für Werbung. Oh, sie wollte ich. Ja, hoffentlich. Ich will ja unbedingt eine Werbung haben. Ich hab für Erika, Lidl, Kaufland, also immer wieder die Castings eingereicht und so. Jetzt sind auch wieder Erika und einfach nicht bekommen. Also es ist so schwierig auch die Werbung zu bekommen. Also Werbung, falls hier jemand von der Werbung ist. Ja. Und ihr sucht einen im Gesicht. E-Casting ist schrecklich, weil du bist halt zu Hause, du hast einfach nur ein Blatt, also ein PDF bekommen, wo das draufsteht. Du musst einfach das abarbeiten. Okay. Und genau auch dann diesen Kamerakram dann irgendwie arrangieren und so. Aber ich hab auch schon lustige E-Castings gemacht, wo ich mir auch dachte so, alter, verrückt. Das war mal auf Mallorca. Da haben sie mich angeschrieben, ey, da, 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 Projekt. Du warst Hooligan-Fan in der Kneipe. Mhm. So, glaub ich. Irgendwie sowas. Und dann wollten wir tatsächlich sehen, wie man den Ausraster dazu legt. Als Fan. Okay. Positiv. Und ausrastet als Fan gegenüber anderen negativ. Das wollen wir hier auch einblenden. Das kannst du dir. Boah. Das gibt's ja nicht. Aber ich hab's noch absolut. Ein Garagentor, glaub ich, ausgesucht. Ja. Und ich hab halt einfach ausgerast vor diesem Garagentor. So, ne. Und dann hab ich auch in die Garage gehauen. So, ne. Und dann schick ich das ein. Und dann schreib ich, aber auch verrückt geworden. So, ne. Und ich denk so, was? Ich hab da eine Scheiße gebaut. Du denkst ja wirklich, du machst nur Quatsch. So, ne. Das ist ja auch. Und bei der zweiten Szene bin ich einfach irgendwie auf eins zu. So. Und dann so, ne. So. Und dann hab ich das eingeschickt. Und dann, ja. Aber am Ende haben wir dann, ich weiß gar nicht, ab dem Typ genommen. Ich war da bei dem Projekt, glaub ich, dran. Ich weiß noch nicht mehr genauer, wie es dann weitergeht. Schon so lange, echt lange her. Okay. Aber sowas halt, wo du ja auch dann denkst, oh Mann, echt, das ist so. Ja, schade, dass man sowas machen muss. Aber man muss es halt machen. Das ist halt sowieso wie das Vorstellungsgespräch mit einem normalen Job suchst. Hm. Ich kann mir jetzt nicht so vorstellen, dass du so der nervöse Typ bist vor Castings. Aber bist du nervös? Oh, doch. Oh, manchmal war. Okay. Also schon so nervös, dass man sich denkt, so nervig ist, du musst das Zehnmal machen. Mhm. Es ist ja wie die E-Castings. Du gehst ja dahin, machst die Kamera. Taka, tschak. Pappelst den Text runter. Und dann versprichst du dich. Der erste Tag nochmal neu. Dann versprichst du den Versprecher nochmal und dann in dem selben Thema nochmal. Das wieder. Dann hast du das irgendwann so. Dann hast du den sechsten Lauf, siebten Lauf, achten Lauf. Und wenn das Video länger als eine Minute gehen soll. Ah, das ist schon nervig so. Boah, schon. Aber was ist das dann so eine Nervosität? Ist das so eine vorher Nervosität? Oder wenn du das dann machst, bist du dann nicht mehr? Also bist du dann so in deinem Element? Es ist eher diese Perfektionismus. Okay. Perfektionismus. Ja, dass du es halt auch wirklich perfekt haben willst. Ja. Wobei, ich will die Agentur es gar nicht wollen, einfach nur, wie du es halt kurz machst. Ja. Und du musst ja auch im Moment dann funktionieren. Ja, ich weiß nicht. Ja. Du kannst ja nicht, du malst ja nicht ein Bild, gibst es ab und fertig ist es. Sondern du musst ja in dem Moment performen. Genau. Und das ist schon... Ja, und das ist halt dann... Ja, ich weiß nicht. Also, manchmal muss man dann auch Leute haben, die dann irgendwie dann irgendwas machen, was du dann irgendwie dann als Unterstützung brauchst. Oder du hast so komischen Texten und raffst du den Text nicht, weil du nicht merken kannst. Ja. Oh ja. Du musst die auch irgendwie an die Kamera unten kleben, dann irgendwie so Tricks bauen, dass du das irgendwie dann siehst und dann unter dem Bild guckst und so. Also, weißt du das? Ja. Ja. Keine Ahnung. Also, es ist halt schon so... Krase Dings. Es ist echt eine Sache für sich so. Und deswegen war ich auch echt froh, dass das irgendwie... Mal gemacht für die Agenturen, dann waren die auch gesattigt und sagten, so ist okay. Und danach musste man das nur für die einzelnen Darstellungs-Sachen machen. Also für diese Nebendarsteller-Sachen. Aber es hat auch schon Hauptrolleanfragen. Da musste man das ja gezielt machen, so. Das ist so schwierig. Ja. Also, echt schwierig so. Diesen ganzen Text runterrattern und auch so tun, als ob du da einen hast, der da steht und auch gar nicht da steht. Mit ihm schimpfen und kommunizieren und wieder lieb sein und dann wieder so. Und dann wieder weinen und dann... Oh, der steht da so. Das ist schon nervig. Echt. Also, finde ich schon. Deswegen besser erst mal sein eigenes Kram machen jetzt auf YouTube oder so. Was ist denn dein Lieblings-Fernsehsender? Ja, Channel 2. Echt? Ja? Ja. Also, schaust du dann? Trash. 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 Wie oft tröste ich dann selber? Kappelschallenge. So, Reelife. Weißt du? Kappelschallenge. Reelife. Was noch? So, Temptation. Island. So, Exx und so. Wie jetzt schon so. Aber nur durch Stella. Weil Stella mehr als die letzten Jahre. Keine Ahnung. Wenn man in so einer Beziehung ist, merkt man irgendwann, dass man adoptiert. Und dann guckt man so einen Scheiß, was sie guckt. Und sie muss sich so einen Scheiß an schauen, was ich schaue. Und ich schaue halt eigentlich nicht so Trash. Aber jetzt schaue ich halt Trash. Weil sie schaut. Und unmittelbar guckt sie halt irgendwelche Krypto oder irgendwelche anderen Sachen. Wo sie sich denkt so, boah, ich kenne mich. Krypto? Ja. So ein Krypto-Dunk. Irgendwie so Krypto oder Riesen-Nuller. Weißt du? Irgendwelche Sachen halt so. Genau. Ja. Aber es ist cool. RTL 2 ist okay. Ich bin eigentlich kein Anti gegen RTL. Ich finde eher RTL normal finde ich schlimmer. Also wirklich so RTL finde ich schlimmer als RTL zu halten. Ich will gerade gar nicht den Unterschied sagen. Doch. Oh Gott. Aber okay. Ich schaue halt das wirklich gar nicht. Aber wir haben ja auch alle keinen. Also das ist ja das Krasse. Wir haben ja auch alle keinen Fernsehen. Wir sind ja alle vom Laptop oder vom Beamer. Aber wir zahlen alle die VZ. Ja auch. Aber ich meine trotzdem haben wir dann hier. Wir gucken es ja nur online auf dem Laptop. Ja. Also nicht im Fernsehen. Und deswegen guckt man auch gar kein RTL. Aber die Mediatheke ist entspannt. Ja. Bei RTL so. Ist ja auch kostenlos. Deswegen. Also eigentlich blöd, dass man es nicht macht so. Ja gut. Ähm. Wie stehst du zu deutschem Fernsehen? Willst du da noch was zu sagen? Auch trash. Also deutscher Fernsehen ist trash so. Ist wirklich so blöd. Aber bist du. Schaust du das dann und denkst dir so. Boah das ist jetzt eigentlich voll so. Ich bin ja ein Teil davon. Okay. Ich will sogar einen größeren Teil davon werden. Ja. Weil es ist Unterhaltung. Ja. Und ich sehe es als Unterhaltungsbranche eigentlich. Das ist jetzt nicht irgendwie. Wenn ich trash sage negativ. Okay. Ist halt trash. Weil es ist jetzt trash so. Ja. Alles was du da machst ist trash. Wenn es keine Dokumentation ist, die irgendwie einen Rundenfaden hat. Ja. Keine Ahnung. Jeder Gewinnspiel selber Format da ist. Ist trash so. Ist halt Unterhaltung von 2015 bis 2022. Ja. So. Und auch alles hier Berlin Tag und Nacht. Und den letzten Partner oder irgendwelche Gerichtsserien. Oh. Rest in Peace. Die Babala Dings ist gestorben. Die Jugendrichterin. Kennt ihr die von früher? Ja. 19 Jahre so. Ruth. Ruth. Baba Ruth glaube ich hieß die. Ach Gott. Ich hatte aber auch so. Die war richtig cool drauf. Ja. Aber ich weiß sowas halt. Deswegen ist das eigentlich wie. Ist schon cool. Unterhaltungsbranche und Trash. Und Formate. Schulermittler. Ja. Genau. Das kenne ich. Also so halt. Ich will immer wieder Teil von sein. Weil es einfach auch. Ja. Eine Szene ist. Die einfach unterhält. Ja. Finde ich auch cool. Dass du da so oft drüber redest. Und auch so jetzt. Mal so hier. Sagst das ist halt Trash. Nicht im Sinne von. Ist es negativ ist. Weil viele verbinden das ja so. Mit etwas Negatives. Ist aber stumpf. Weil es deutsch. Aber es ist halt einfach für Leute. Unterhaltung. Wenn man mal abschalten will. Ich meine. Ich schaue mir jetzt auch nicht immer nur die ganze Zeit. Dokumentationen und Wissenssachen an. Man kann halt zwischendurch auch abschalten. Und wenn es dann halt die Art ist. Für Leute abzuschalten. Dann. Ja ist auch so. Weil. Ich glaube genau das. Deswegen wurde ja auch Fernsehen damals gemacht. So. Es war ja nicht so. Dass man. Also es gab Filme. So. Aber dieses. Also dieses Trashige. Ist ja dann. Wurde auch immer stumpfer. So. Natürlich ist es ja auch dann dafür gemacht. Dass man halt von. Hard. So. Und dann einfach runterkommt. Und Sport zeigen sie ja gar nicht mehr im öffentlichen Fernsehen. Also deswegen wird nur noch mehr. Ja. Schwer ich gesagt. Also von daher. Ja. Schon lustig so. Dann zurück zu deiner Schauspielkarriere. Ja. Ähm. Wo hast du bisher so als Schauspieler mitgemacht? Als Darsteller, Nebendeutscher, Kleinarsteller, Schauspieler. Also wie man das nennen soll. Überall was mit deutschem Fernsehen zu tun hat. Sowas. Irgendwie Berlin Talk und Nachdenzen Partner. Irgendwelche ARD Produktionen. Oder ZDF Produktionen. Keine Ahnung. Oder hier auch. Ja. Also hauptsächlich so deutsches Fernsehen. Ja. Das ist so dein Main-Ding. Ja. Diese Amazon und Netflix Dinge, die kommen. Ähm. Und dann dauert es aber ewig bis sie rauskommen. Ja. Es kommen bestimmt noch drei, vier raus. Und ein Musikvideo hast du auch mitgebracht. Ja. Mehr wird schon. Musikvideos auch. Genau. Ähm. Ja. Aber jetzt dauert es halt ewig bis es rauskommt so. Ähm. Weil die deutsche Sache ist es halt ein fortfließendes Ding. So ein über die Tag nach muss alle. Also es ist sechs Wochen Abstand. Jetzt ein Partner ist ein Projekt von 90 Drehtagen. Das ist dann eine Staffel. Dann kommt die halt danach raus, wenn die nächste wieder anfängt. Und ähm. Ähm. Was ist das? Also die einzelnen anderen Produktionen halt auch so in Deutschland. Deswegen. Hat schon so ein Anfang und Ende. Und wenn du jetzt einen Film mitmachst. Dann bist du halt. Keine Ahnung. Es kommen noch Drehsachen raus. Von 2021 oder 2020. So ne. Diese Souls. Das war im Winter 2020. Das kam jetzt raus. 23. Ein halb Jahre später. Ja. Und zwar dabei zu Ende. Also es war dann irgendwie im Winter auch zu Ende. Deswegen. Das ist halt schon schwierig. Deswegen ist das eigentlich für einen Darsteller besser. Du hast irgendwo wo es halt fortlaufend rauskommt. Und deswegen ist das YouTube auch super. Ja. Eigentlich weil du kannst das selber auch dann machen. Du kannst dann einfach sagen. Okay. Ich werde auch nicht selber an der Sachen. Und kooperieren mit irgendwelchen anderen YouTubern. Mhm. Und dann kommt wieder raus auf YouTube. Und dann bist du eigentlich auch schon mal in so einem Pulk. Wo du merkst. Okay. Es bringt was. Und dann geht es weiter halt. Ja. Zu deinem YouTube und Social Media kommen wir später noch. Mhm. Das habe ich mir ein bisschen weiter hinten orientiert. Yes. Ich würde jetzt gerne nochmal bei den aktuellen so bleiben. Ja. Wo würdest du denn am liebsten mal mitmachen? Also es geht sogar schon ein bisschen in die Zukunft so. Ist so Fernsehen auch dein Ding? Oder willst du lieber Richtung Film gehen? Oder ist jetzt YouTube so deine Lieblingsplattform? Schauspieler. Wo siehst du dich denn so? Am ehesten. Wenn du es dir jetzt frei aussuchen könntest. Und einfach da für irgendwas dich entscheiden könntest. Lieblingsplattform, Schauspieler, YouTube. Irgendwie hast du so irgendwas. Ja genau. Wo würdest du am liebsten mal mitmachen? Also ist eher so Fernsehen dein Ding? Oder willst du auf YouTube irgendwie groß rauskommen? Was ist so? Wenn du es dir frei aussuchen könntest. Was würdest du machen? Schwierig. So. Wenn du so Darsteller wirst. Oder so Model. Oder so Schauspieler. Oder so irgendwie so Rapper. Dann bist du halt nicht mehr nur noch das. Sondern du musst halt direkt irgendwas anderes auch noch machen. Ne Ahnung. Das sind ja Werbung eigentlich bei denen. Also ich würd glaube ich sagen. Du glaubst hier ja gerade frei aussuchen. Genau. Wenn ich frei aussuchen würde. Also wir gehen jetzt davon aus, dass wenn du sagst du wirst Rapper werden. Jetzt kannst du es rein aussuchen. Ja. Wir haben ihn nämlich. Wir haben ihn gerade drauf. Ja. Okay. Ne. Also ich würd glaube ich Werbung sagen. Oder ich würde. Weil Werbung bringt dir am meisten erstmal so von der Einnahme. Okay. Und macht am ehesten Sinn für was langes. Also du bist halt lange zu sehen. Ne. Und es baut aufeinander auf. Wenn du halt natürlich dann auch gute Dinge hast in der Werbung. Ne Ahnung. Wenn du natürlich eine Naturcreme hast. Die nur einmal, zwei Mal getestet worden ist. Am Ende schätze ich raus, dass da eine Scheiße drin ist. Dann bist du natürlich verbrannt und verkackt. Ja. Aber wenn das halt so, keine Ahnung, normale Beispiele Werbung ist. Oder irgendwelche so westliche industrielle Firmen irgendwie. Die halt irgendwelche Werbespots haben. Das Collegate ist mal. Ja genau. Dann ist das halt so. Dann hast du echt Glück. Dann hast du ein gutes Budget. Ja. Also du gehst dir gut. Das würde ich glaube, das habe ich noch nicht gemacht. Deswegen würde ich gerne ein, zwei Werbesachen machen. Und mal gucken. Vielleicht kannst du keines im Ausland was suchen. Weil dann, wenn du raus aus Deutschland bist. Also unterwegs in der Welt. Dann hast du glaube ich mehr Zeit. Auch für diese E-Castings. Mehr den Ruhepol dafür. Also das hoffe ich mir. Dass es so kommt. Und dass du einfach dann fokussiert. Ja auch diese Rolle suchen kannst. Ja. Weil Werbespot zu suchen ist ziemlich schwierig. Du kriegst da jetzt Kaufland, was ich jetzt habe. So. Aber das haben wir auch alle. Weil das ist jetzt irgendwie. Habe ich da selber angefangen bekommen. Deswegen die zu finden. Dann muss ich mir zurück an Facebook gehen. Dann muss ich echt wieder Facebook unterladen. Weil jetzt machen wir das auch wieder. Um halt in diese Gruppen zu kommen. Und dann da was zu suchen. Ja. Weil sonst hast du echt. Schwierig so. Echt schwierig. Und was ist, wenn wir jetzt mal Geld außen vor lassen. Und nur nach dem Spaßfaktor gehen. Also was wäre dann dein Ding. Wäre das dann auch Werbung? Oder erhöht es dich dann? Wenn du dich dann gemacht. Wenn du dich dann gemacht. Für immer. Für immer so. Nein. Für immer ist eh doof. So für immer. Nein. Aber schon Berlintag und Nacht. Der war schon auch oft. So und so. Cool einfach. Das ist einfach cool. Weil es macht einfach so von der. Du musst ja überlegen. Es gibt hier GZS-Zelt. Dann gibt es Lintentrasse. Dann gibt es hier so ein paar. Hier Lenz übernimmt oder sowas. Und dann gibt es Berlintag und Nacht. Und das sind Sachen. Die gibt es schon echt so 15, 15, 20, 25 Jahre. In Deutschland. Das kennt dann auch jeder. So ne. Und natürlich hast du Lintentrasse Fans aus den 80ern. Jetzt hast du GZS-Set Fans aus den 2000ern. Und 90ern. Und dann hast du was Neues wie Berlintag und Nacht. Das es aber auch schon echt 10 Jahre gibt. Dann hast du da auch deine YouSchool Fanbase. Schon cool so. Deswegen. Doch. Würde ich machen. Du warst ja jetzt gerade erst bei Berlintag und Nacht. Also. Du bist dann über deine Erfahrungen erzählen. Am Set. Ja ist cool. Wie sie so ablehnen. Also ist richtig cool. Ist halt nur blöd manchmal. Weil das alles so ein bisschen vereinfacht ist. Also auch so. So low budget irgendwie wirkt. Okay. Ja. Da bietet man auch viele Kompromisse ein. Also hat man keinen. Also weiß ich nicht. Kann man das erklären. Hat man nur einen Schnupfen. Dann geht man trotzdem zum Set. So. Weil man ja weiß. So. 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 Man kann diese Drehsachen nicht immer absagen. So. Aber. Man zieht es halt durch. So ne. Wenn du ein Gebäude gemietet hast. Oder irgendwas krasses hast. So mit hier in Polizei oder sowas. SEK-Einsatz. Dann. Ja. Ist das schon doof. Für so eine TV-Production. Dass es irgendwie dann verschoben wird. Abgesagt. Ja. Deswegen ziehen wir dann durch. Aber es ist cool. Es ist. Gegenüber zum Beispiel. Lenzen übernimmt. Das könnte ich so vergleichen. Ist das irgendwie dann doch größer. Aber wenn Lenzen übernimmt. Es sind es echt nur ein paar wenigen. Das ist schon lustig. Es sind so. Sogar fünf Leute nur am Set glaube ich. Eins. Zwei. Zwei. Ja weil der Chef ist ja der Lenzen. Also der Chef der Serie. Der Macher. Der Schauspieler. Ist der Lenzen ne. Und dann seinen Partner. Die zwei. Und dann brauchst du ja immer nur. Von am Set. Leute die halt dann die Rollen besetzen. Also. Ein zwei Komparsen. Dann hast du wieder dann nochmal. Unter den anderen zwei Hauptdarstellern. Nochmal zwei Hauptdarsteller. Das war ich jetzt auch schon ein paar Mal. Und dann hast du dann auch deine sechs bis zehn Bilder am Tag. Die werden dann hier abgedreht werden. Und das ist schon echt Fließband so ne. Bei Berlin Tag 18 ist 8. Bei Lenzen sind es 10. Das ist schon ein Fließband. Also so morgens 7 Uhr aufstehen. Und abends um 18 Uhr. Und um 30. 19 Uhr. Erst Cut zu haben so. Wenn überhaupt. Manchmal auch 20. Und die haben dann immer zwei und drei Locations wechseln. Boah ist schon. Deswegen. BTR ist schon cooler glaube ich. So auf Dauer. Aber. Ich würde beides machen. Also wir beide sind auch sehr cool. Ich war bei beiden. Also. Nur als Vergleich so. Ähm. Für Leute die das jetzt nicht gesehen haben. Ähm. Was war denn. Also was. Wen hast du gespielt. Was war deine Rolle bei Berlin Tag und Nacht. Ähm. Möchtest du da wissen? Ähm. Bei Berlin Tag und Nacht war ich der René glaube ich. Dann war ich mal der. Boah. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Ich war ähm. Ich hab eine Frau geschlagen. Okay. Ich hab die Frau entführt. Hab die Frau verkauft an die Russen. Und hab dafür Geld genommen. Und hab dann gesagt. Ja. Äh. Nutz die gut aus. Weil die muss bestraft werden. Das ist eine Bitch. Okay. Und so viel ist dann passiert. Die Rolle ist auch echt cool gewesen. Und das lustige ist. Wir waren dann wirklich so auf so einem. Hier Berlin West. Da ist so dieser alte Hafen. Keine Ahnung. Irgendwie so. Ja. So hafenmäßig. Und dann so mit Transporter. Und dann waren dann zwei Frauen drin. Fessel geschlagen. Mit blauen Augen und sowas. Ja. Ja. Dann kamen da so zwei Zuhörter. Und mit Aktenkoffer. Und dann hab ich halt tatsächlich so die Verhandlungen geführt. So. Und meinte so. Ja. Die eine so. Die andere so. Er ist jung. Er hat halt Erfahrung. Und ey. Ganz normal. Da werden die Tage gemacht. Ganz normal. Ja. Und dann wurden die halt verkauft. Die Frauen. Für einen festen guten Preis. Und dann wurde ich vernachtet. Das passiert immer mal hier. Ich hab doof gelaufen. Also ich hab nicht gedacht, dass es so fortläufig ist. Also ich wurde ja am. Das war ja alles an einem Tag so. Nee gar nicht. Aber wir hatten zwei, drei Tage. Stimmt. Aber ich mein trotzdem. Das war ja meine Karriere. Bis zum Zuhörter. Und dann auch Dealer der Frau. Also des Menschenhandels. Das ging ja ziemlich rasant. Aber dass wir noch verhaftet wurden. Bin hab ich nicht gedacht. Also das hab ich nicht gedacht. Nee. Okay. Aber jetzt die Karriere kam dann. Und dann. Verhaftet. Und Fängnis. Und dann. Bin ich jetzt erstmal im Knast. Also der BTN sagt erstmal. Der ist erstmal im Knast. Okay. Deswegen. Eigentlich würde ich mir ja so wünschen. Also hier. Wenn ihr das hört. Der Filmpult. Oder so. Ich würde mir so wünschen. Wirklich eine feste Rolle zu haben. Die aus dem Knast wäre. Ja. Also du siehst mich schon zwei Tage im Knast. So. Und dann kommst du raus. Und dann baut dir so eine Geschichte auf. Keine Ahnung. Du hast ein Kind. Das 14 ist. Das meldet sich bei dir. Keine Ahnung. Du hast dann. Eine Ex-Freundin. Die hat dann eventuell noch ein Kind von dir. Und dann testen. Und so machen. Dann hast du noch einen alten Rauch vielleicht. Dann hast du noch eine Fingerabdrücke gehabt. Aber das warste nicht. Weil der andere Ex-Freund hat dann noch die Fingerabdrücke von dir genutzt. Um dann dich auch wieder in den Knast zu kriegen. So schön dramatisieren. So richtig schön aufbauschen. Darauf hätte ich richtig Bock. Dafür würde ich auch wieder zu Deutschland ziehen. Ohne Scheiß. Für sowas. Wenn einer so eine Rolle anbietet. Die einfach so aus dem Knast oder aus der Therapie wäre. Weil das ist das meiste. Du hättest das meiste Potenzial auch da auszuspielen. Weil du hast halt eine Null-Rolle. Also du bist auf Null. Du kommst aus irgendwo raus. Und bist dann so wie. Ja. Therapiert. Wenn du jetzt Lehrer bist. Dann bist du halt Lehrer schon. Und dann ist das so wie. Ja. Das finde ich auch ein bisschen blöd. Ich finde sowas Negatives cooler. Und dann halt irgendwas anderes werden. Es ist richtig Bock drauf. Also mach das mal bitte. Für mich cool. Wie hast du dich denn bei Berlin Tag Nacht beworben? Und wie ist da der Bewerbungsprozess abgelaufen? Becasting. Nein. Es gibt auch hier offene Castings. In Köln und in Berlin so. Aber das hast du irgendwann mal gemacht. Okay. Da war ich in beiden sogar. Ich war in Köln und in Berlin. Und dann hast du halt irgendwann nochmal die E-Casting eingereicht. Und dann hat es irgendwann gefluckt. Und jetzt bist du halt so in diesem Pool. Was war da die Aufgabe beim E-Casting? Ah das war die Aufgabe. Ich musste einen Ex-Freund spielen. Der seine Freundin wieder rumkriegen möchte. Und sowas. Und genau. Und dann haben wir das gespielt. Mit seiner Freundin dann aber? Nee. Hast du mit der Schauspielerinnen? Achso. Wir haben auch von einer fremden Person noch nicht gefreut. Achso. Und dann habe ich wo geklingelt. Und dann haben wir das so gedreht. Und dann eingereicht. Und dann haben wir ja cool. Wolltet die sich dann auch bewärmen? Ja. Die sieht man nicht. Nur die Tonlage da ist. Und dann so ein bisschen halt. Ah ja. Verstehe. Du brauchst ja so einen Spielpartner. Und auch tonmäßig manchmal so. Weil ich finde das total schwierig des E-Castings. Mhm. Da mit diesem Bild. Da mit diesem Loch. Da mit diesem Kameraloch. Da so einfach so zu reden. Und einfach nur so seine. Ob das jetzt irgendwie mal was sagt. Ja. Das musst du echt üben. Das ist schwierig. Das muss ich auch weiter üben. Aber irgendwann gewöhnt man sich auch so dran. Ja. Und ich habe jetzt eine App gefunden. Wo man aufnehmen kann. Und zeitgleich spult der den Text ab. Das bedeutet. Ich sehe das Bild in dem Bildschirm. Und dann spult der den Text. Den ich sagen muss. Das sind die Ausnahme. Aber sieht das heute nicht. Richtig gut. Mega. Jetzt probiere ich das aus. Ja. Was war bis jetzt deine Lieblingsrolle. Die du gespielt hast. Und welche war da die größte Herausforderung für dich? Also die größte Herausforderung war wirklich diese Serie Souls. Das ist das erste Mal. Aber das macht mich richtig. Und der hat sich über die Geschichte zum Beispiel. Und das verändert sich das erste Mal. Und ganz klar. Und jetzt bin ich nachher. Das ist das Pelverbergild. Und das hat mir gut advantage. Und das geht auch immer. Und da oder ist das eine Frage. Und da ist das da. Und das macht euch. Und da ist das ein schweres, Und das macht uns das Café. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.